Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaut habt, das freut mich. Ja, das Video wird jetzt ziemlich kurz. Es geht einfach nur darum, ich habe aus einer kleinen alten Axt eine, ja, was sag ich mal, Wikinger-Stil-Axt gemacht. Und, ähm, vorne an die Schneide, ähm, ja, da seht ihr es aus diesem, ja, Wikinger-Keilschriftzeug, halt Martin drauf geätzt. Ähm, das war jetzt einfach mal ein Versuch, von wegen, wie funktioniert das, wie schaut das aus, gefällt mir das. Und ich muss sagen, ich habe jetzt für die Axt und auch für die Hand, also für das Vollstück, alles in allem ein Kerl gebraucht. Und das war eigentlich ganz okay, das Ergebnis. Und demnächst werde ich jetzt eine größere Axt machen. Ähm, ja, also freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, Freunde.